Willkommen, willkommen zurück, zurück hier beim Staffsarschen Glück und wir müssen uns zu unserer Einheit durchschlagen. Wir haben ja jetzt... Oh, warte mal, warte mal. Ach ne, wir nehmen lieber das. Was haben wir noch als Waffe? Ah, Granade, okay. Ein Messer und... Haben wir eine Pistole? Ah, wir haben ja noch... Verstehe, nachladen. So, oh, was ist denn das? Die nehmen wir mal mit. Schauen wir uns mal an. Ha, cool. Okay, nehmen wir mit. Hier ist Staffsarschen Glück und er wird euch zeigen, wie man... Oh, cool. Wie man ganz elegant durch verschiedene Level kommt. Die... Was war denn das? Jetzt hab ich bloß einfach mal... Nehmen wir mal das. Ah, jetzt ist das abgeprallt. Scheißen Dreck. Hier, nimm diese. Und? So, ich geb's gleich noch ein. So, wir werden uns jetzt hier weiter bewegen. Schön vorsichtig, ne Saiga. Ne, die Saiga ist scheiße. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Oh, was ist denn das? Warte mal, wir haben das. Wir haben das. Wir haben das und wir haben das. Dann könnten wir doch eigentlich eine Schrollflinte ganz gut gebrauchen. Komm, wir nehmen die Schrollflinte. Jawohl. Und dann laden wir nach. Zack, 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 zack. Saiga? Ne, wollen wir nicht. Oh. Wenn hier gespeichert wird, klingt das nicht gut. Was ist passiert? Wo muss ich hin? Okay. Glück. Wohin? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Scheiße. Knall den Hund ab. Scheißen Dreck. Mensch, was sterbe ich denn? Das ist in dem Spiel hier. Das ist doch alles nur auf normal. Wenn du eine echte Herausforderung suchst. Nein, mache ich nicht. Aufstand reicht. Komm, gib her. Okay. Nachgeladen habe ich. Und dann schlage ich dich zurück zum Abholpunkt durch. Was? Ihr macht euch Schande. So, Jungs. Jetzt kommt mal ran. Aha. Ihr schießt also mit Granaden. Na gut. Das können wir auch. Scheiße, können wir nicht. Aber wir können zu der Munitionskiste gehen. Jawohl. So, jetzt laden wir uns erstmal auf. Und dann haben wir wieder dreimal. Moon. Wo ist einer? Okay. Alles klar. Schön langsam. Hey, das gefällt mir ja gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Der BG? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Hä? Schlag dich zurück zum Abholpunkt durch. Gehe den Weg zur Schule zurück. Weg. Wat? Ah, da geht's lang. Okay, alles klar. Komm. Hin. Durch den Bus. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder ein. Ich wusste es. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Oh, was ist denn das? Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch unfair. Du bist gestorben. Du bist gestorben. Ey, das macht doch keinen Spaß. Das ist ein Scheißspiel. Schüsse aus der Hüfte sind nicht so präzise wie Schüsse mit der Hilfe der Visierung. Das ist so ein paar Kasper. Geht da los? Jetzt kommt. Macht das Tor auf. Und laber nicht. Halt. Wir gehen erstmal hier auf. Und lassen uns vollladen. Komm, komm, komm. Mach auf. So, nachladen. Komm. Oh, da. Blut. Uäh. Ist da noch einer? Da war da noch einer. So, das war's. Und jetzt machen wir folgendes. Wir gehen jetzt in den Bus. So, rein dort. Ducken. Jetzt kommt eine Granate. Achtung. Das ist Skript. Genau, das ist Skript. Skript, Skript. Deckung. Handgranate. Chuck. 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 Ich hab' ich euch erwischt, weil ich's wusste, wo ihr seid. Sick. Kriegt mich nicht. Das könnt ihr vergessen. Das sollt' ich schon blöde sein. Kein Wummel. Was ist denn da? Scheiße. 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 Dachtladen habe ich. Okay, okay. Ich muss da hin. Schnell, schnell, schnell. E drücken. Ha. Tür auf. Komm raus. Das war knapp. Meine Fresse. Herr Lück, Herr Lück. Was machen Sie denn? Nee, komm. Wir bleiben bei der Waffe. Wir bleiben bei der. Wir bleiben hier. Wenn, dann ziehen wir das jetzt durch. Da muss ich hin. Da geht's runter. Okay, okay. Kein Problem. Gibt's hier irgendwas zu finden? Irgendwelche Restmüllstücke, die man trennen kann? Restmüll trennen? Nee, gibt's nicht. Okay, alles klar. Dann geht's hier an die Tür. Nee, zum Aufbrechen. Machen wir einen Tucken. Achtung. Hä, was war denn das? Gar nix. Vielen Dank. Nee. Weiter geht's. Komm. Der Aufstand. Keine Bewegung, du Pisser. Nein, ich spinn's. Ich spinn's. Ich spinn's. Hey, hey, hey. Nee. Was bin ich froh, dich zu sehen? In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Okay, okay. Komm, wir verpissen uns. Ja, das ist eine gute Idee. Wir verpissen uns. Pissen ist gut. Komm. Voll gemäuntes. Mensch, Junge, Junge, Junge. Hier hat's aber gerumst. Ich komme. Misfit. Hier, Misfit 1-3. Okay. Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne dieses scheiß Gebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Ah, die Lampe kann man ausmachen. Cool. Machen wir auch. Was findet man denn hier? Oh, man sieht da nichts. Ich mein, wir wollen das realistisch machen. Im Endeffekt, man sieht nix. Hier, Shisha. Ha, ha, ha. Hier hin. Komm. Na komm, Montes. Komm, komm, komm. Wir haben nicht so ewig Zeit. Let's Play geht meistens immer so eine Viertelstunde pro Part. Also, mach hin. Wohin geht's denn? Was war denn das? Ah, das ist... Geht doch. Ah, Licht. Okay, ich bin durch. Ich bin durch. Komm. Aha. Gut zu wissen, wie unsere Feinde sind. Auf geht's. Ha, wir haben gespeichert. Das ist gut. Das ist gut. Wahrscheinlich, weil wir jetzt einen schauen müssen, wenn es geht. Oh, nein. Wir fällen, wir fällen, wir fällen. Okay, ich bin hier. Ich nehme mal die andere Waffe. Wohin? Oh, oh. Das geht ja schon gut los. Verraten hab ich nicht mehr. Scheiße. Da ist einer. Und? Wo ist der eine? Komm. Wo ist das? Ich hab einer mischt. Halt. Okay, okay. Wer ist gekommen? Schäferisch. Schäferisch. Komm in der Mitte. Ach, da ist er gleich schon nochmal. So, jetzt ist er weg. Was ist denn das? Ah, da oben. So. So, verletzt. Alter, alter, alter. Okay, okay. Weck. Oh, leider, oh, leider. Oh, da sind Bauhelden. Ob der uns hilft? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, immer dieselben Jungs an den selben Ecken. Da. Da war noch einer. Da ist einer. Guck mal. Da. Weg. Weck gelatzt. Wann ich hier vorgehen? Oh, 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 oh. Es latzt. Es latzt. Du. Oder ich. Du. Du. Oder ich. Du. Äh. Ich, 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 ich. So, zurück zurück zurück. Ah. Fuck. In jeder Vision hier. Du bist gestorben. Vielen, vielen Dank. Für den Hinweis. Du kannst jederzeit Pause drücken. Und das Einsatzmenü. Ah, dann holen wir das doch mal. Einsatzmenü. Pause. Hier. Nee. Das hier. Ah, okay. Aufstand. Schlag dich zurück zum Abholpunkt durch. Folge Montus. Auf geht's. Ja. Wie gesagt, wir nehmen die Waffe, die ist besser. Und dann geht's los. Ja. Dann. Was kommt denn? Die Waffe? Ich weiß gar nicht, welche. Ah, okay. Welche Waffe? Welche Waffe? Welche Waffe? Ah. Ich verstehe. Alles klar. Ich hab'n Fehler gemacht. Das nimmt's mir nicht übel. So, jetzt. Jetzt geht's rund. Schlingel. Schlingel. Nach vorne. Irgendwann geht's. Und da kommen wir drinnen. Natürlich, das kript hier. So. Hätte ich mir vorher lesen müssen. Was ist denn jetzt? Jetzt ist los oder was? 12 Uhr? Okay. 12 Uhr. Wohl 12 Uhr. Und da. Alter. Ja. Ja. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich sehe schon die Arme. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Ich hab' mich noch. Ich bin ja auch. Ich verlassen. Ich hab' die Zielgerät. Jawohl. Ho. Hast du mich gesehen? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis der Nette.